So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich war, wo ich nicht war. Treppenhaus, Forschungslabor. Hab ich dir schon geredet? Ja, du bist doch der Alki, oder? Ja, du bist der Alki. Aus Forschungslabor. Gehen wir mal zum Forschungslabor. Little Dick. Dr. Lee. Der Zutritt zu diesem Bereich ist verboten. Ich bin es wirklich leid, das immer wieder sagen zu müssen. Sie, Sie sind das. Meine Güte, Sie sehen ihn so ähnlich. Sie sind der Sohn von James, nicht wahr? Was machen Sie hier? Sie waren damals zu jung, um sich jetzt noch dran erinnern zu können. Und James hat wahrscheinlich nie von mir gesprochen. Typisch. Ich bin Dr. Madison Lee. Vor vielen Jahren habe ich mit Ihren Eltern zusammengearbeitet. Jetzt betreibe ich hier in River City das Forschungslabor. Das hier war meine einzige Option. Als Ihre Mutter starb, ging Vater mit Ihnen weg. Er ließ die Arbeit hinter sich. Wir konnten nur dasselbe tun. Versuchen, meinen Vater zu finden. Haben Sie ihn gesehen? Heißt das, dass Sie sich noch nicht mit ihm getroffen haben? Ich hatte angenommen, dass er sie hergeschickt hat. Sollten Sie nicht sowieso in einer Vault sein? James sagte, dass er sie dort zurückgelassen hatte. Er ließ die Vault, um ihn zu suchen. Ach ja? Mein Eindruck war, dass das genau das Gegenteil von dem ist, was er wollte. Naja, hier werden Sie ihn nicht finden. Er war hier und ist schon wieder weg. Tut mir leid. Wissen Sie, wohin er gegangen ist? Ihr Vater bestand darauf, am Projekt Purity weiterzuarbeiten. Ich habe ihm gesagt, dass zu viel Zeit verstrichen ist und es nicht funktionieren wird. Aber natürlich hat er nicht auf mich gehört. Sagte, er kann beweisen, dass es funktioniert und ist zum alten Labor aufgebrochen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Wo ist Ihr altes Labor? Es ist im alten Jefferson Memorial Gebäude, nordwestlich von hier. Bitte, folgen Sie ihm nicht. Es war dumm von ihm, sich überhaupt alleine auf den Weg dorthin zu machen. Können Sie mir mehr über meine Eltern erzählen? Sicher kann ich Ihnen von Ihren Eltern erzählen. Ich habe lang mit Ihnen zusammengearbeitet, bis Ihre Mutter starb und Ihr Vater uns verließ. Was möchten Sie noch wissen? Wie war denn mein Vater damals? James? Er war sehr engagiert. Wollte die Welt verändern. Naja, das wollten wir damals wohl alle. Er konzentrierte sich nur auf zwei Dinge. Auf den Erfolg des Projekts Purity und auf Ihre Mutter. Als Ihre Mutter starb, gab er auf, denke ich. Ich weiß, dass er auch sein Kind beschützen wollte. Aber irgendwie war es auch eine Flucht. Trotzdem hat er es anscheinend nie ganz verdaut. Ich bin ziemlich schockiert, dass er es nach all der Zeit nochmal versuchen will. Ich habe meine Mutter nie kennengelernt. Was können Sie mir über sie erzählen? Naja, Ihre Mutter war eine gute Frau. Eine engagierte Wissenschaftlerin. Ihr Vater hat sie sehr geliebt. Ihr Tod hat alle schwer getroffen. Sie hatte sich so auf ihre Geburt gefreut. Warum ist meine Mutter gestorben? Was ist passiert? Es gab Komplikationen bei der Geburt. Niemand hatte es erwartet. Wir waren nicht optimal darauf vorbereitet. Sie müssen verstehen. Wir hatten nur alte, heruntergekommene Geräte. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Ich verstehe. Ich bin sicher, es wurde nicht zum Versuch gelassen. Ja, nur... Leider war es nicht genug. Ja, was soll's? Reden wir über etwas anderes. Ja, was... Können Sie mir eventuell helfen? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe meine eigenen Probleme. Ich habe nicht die notwendigen Mittel, um James' idiotische Absichten oder ihre Suche nach ihm zu unterstützen. Tut mir leid. Ey, Chinesin. Kommen Sie schon. Wir müssen doch was tun können, um mir zu helfen. Tut mir leid. Ich kann Ihnen nicht wirklich helfen. Okay, trotzdem vielen Dank. Ich hoffe, Sie verstehen. Ich habe schon genug Sorgen. Sehr gemein. Ich würde gerne mal mehr über Sie erfahren. Was? Na ja, was soll ich Ihnen da erzählen? Alles? Wir arbeiteten lange Zeit zusammen. Ich glaube, wir standen kurz vor unserem Ziel. Aber dann gab es... Komplikationen. Das Projekt wurde aufgegeben und Ihr Vater verschwand. Ich bin hierher nach River City zurückgekehrt und habe das Labor eingerichtet, das Sie hier sehen. Ähm, gibt es ja voll viel. Erzählen Sie mir von dem Projekt, an dem Sie und Ihr Vater gearbeitet haben. Sie und Ihr Vater. Wir nannten es Projekt Purity. Was genau möchten Sie wissen? Alles? Was sollte das denn bezwecken? Wir hatten wirklich ein ganz einfaches Ziel. Frisches, sauberes Wasser für alle. So eine simple Idee. Und doch unmöglich zu realisieren. Unser Plan war der Bau einer Anlage, die das ganze Wasser im Tidebecken auf einmal reinigen kann. Warum hat das nicht funktioniert? Das Prinzip funktionierte schon. Wir verstanden den Großteil der zugrunde liegenden Technik. Leider ist in der Gegend wirklich alles verstrahlt. Mit kleineren Tests hatten wir bereits Erfolg. Aber sobald wir die Tests in größerem Umfang durchführten, funktionierte es nicht mehr. Vielleicht, wenn wir mehr Zeit oder eine bessere Ausrüstung gehabt hätten. Wo haben Sie Ihre Arbeit abgebrochen? Was ist passiert? Sie wurden geboren. Aber es ging nicht nur um Sie. Wir hatten sowieso schon zu viele Probleme. Und Ihre Geburt brachte das fast an zum Überlaufen. Ihr Vater entschied, dass Sie wichtiger als unsere Arbeit waren und ging. Er hat uns alle verlassen. Als er weg war, entschied die Bruderschaft, dass wir ihre Zeit nicht mehr wert waren. Ohne Ihren Schutz mussten wir den Aufbereiter aufgeben. Nehmen wir was anderes. Was ist das für ein Labor? Was machen Sie hier? Das ist das Forschungslabor von Ribbit City. Es hat viele Jahre gedauert, um es einzurichten. Aber wir haben es geschafft. Unsere Forschung im Bereich der tragbaren Fusionsenergie und der Hydroponik schreitet ganz gut voran. Wenn auch nicht ganz nach Zeitplan. Ah, du hast von dem Typen namens Pinkerton gehört. Dieser Idiot? Der ist schon so lange weg, dass sich fast keiner mehr an ihn erinnern kann. Er behauptete, irgendwo auf dem Schiff ein Geheimversteck von technischen Geräten gefunden zu haben. Dann verschwand er einfach. Okay. Was ist Ribbit City für ein Ort? Ribbit City ist eine der wenigen zivilisierten Bastionen im Land. Wir wollen unsere Gesellschaft neu aufbauen, um die Welt wieder bewohnbar zu machen. Okay. Was wissen Sie über die Geschichte dieser Stadt? Ich kann Ihnen alles über das Forschungslabor erzählen. Doch auch wenn ich von Anfang an dabei war, weiß ich nicht wirklich viel über die Entstehung. Es scheint alles schon Ewigkeiten her zu sein. Und leider hatte ich in den frühen Jahren unheimlich viel um die Ohren. Ah, okay. Ja, ja. Verstehe. Viel Glück bei der Suche nach Ihrem Vater. Sie war von Anfang an dabei, aber sie war halt geistig abwesend. So körperlich anwesend. Deswegen kann sie mir nicht weiterhelfen. Aber egal. Kann ich dir hier was klauen? Die Arbeit von Frau Doktor an der Wasseraufbereitung ist sicher faszinierend. Aber wisst ihr, was auf dem Atem steht? Wackelpuppe Intelligenz. Ich habe eine Vault-Tag Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Innschriftleute in Sorge lautet, man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas zu lernen gibt. Die Intelligenz wurde darauf, du meins erhöht. Sie wollen mir sagen, was auf dem Spiel steht? Ein Roboter ist ein Roboter-Zimmer. Egal wie schön er angemalt ist. Und jetzt darf ich Sie bitten. Kleingeistige Ignoranten seid ihr. Hey, Sie. Sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Klingbares? Kommt drauf an. Worum geht's hier eigentlich? Direkt zum Kern der Sache. So gefällt's mir. Nun, wie es sich herausstellt, ist mir höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Werde das Eigentum? Welches Eigentum? Hm, wie könnte ich das formulieren, damit Sie es verstehen? Für Sie ist ein Roboter nichts als ein Blecheimer. Sie kennen ja nur diese Mr. Handy-Zeugs und so fort. Nun, es gibt auch noch andere Roboter. Verstehen Sie, im Commonwealth stellten wir künstliche Menschen her, synthetische Humanoiden, programmiert, um zu denken, zu fühlen und zu gehorchen. Und da kann es passieren, dass Sie die Dinge verdrehen und einfach ausreißen. Der Android ist tot hier, ein interner Komponent. Hier haben Sie 50 Kronkorken für Ihre Mühe. Kaufen Sie sich damit ein bisschen Wissen hier draußen in dieser Hölle. Auf Wiedersehen. Ja. Ein bisschen Wissen. Nein. Ich glaube nicht, dass Sie es sind. Warte. Muss es gehen. Dann unterhalten wir uns nochmal. Komm, passt. Dann machen wir auf 70. Nein, nicht das. Zurück. Machen wir auf 60. 65. Perfekt. Letzter Springer. Geld. Lohnt sich das Geld? Komm, Freak. Die weiter lang, das extra Waffe gehalten, sie weitere 5 Punkte für kleine Waffen und reparieren. Ladykiller hat das nicht Waffenfliege, Eisenfaust, Insekten, Forscher, Kind im Herzen. Härte. Extra Härte erhalten Sie 10 bis 24 Gesamt Schattenresistenz. Der Voidwareman. Hm. Nachtmensch, Nerdwut. Geofrein, Kannibale. Auftragskiller. Was kill ich denn? Wissenschaft und Medizin 5. Nachkampf und Sprengwaffen. Machen wir einfach intensives Training. Oh nein. Größe zählt. Große Waffen. Letzter Springer. Krieg halt unendlich viel Geld, aber lohnt sich das? Schütze. Lebensspender. Weißer Läufer. Weißer Läufer. Romane. Cyborg. Es ist am Ende eine gute Sache gibt, so was wir testen fast perfekt. Was kill ich jetzt, was kill ich jetzt? Komm, wir machen wir mal mit Gesetzesbringer. Ich habe 1000 Millionen. Gut Punkte. Fröhlich, Vater, Söhnchen, Ladykiller, intensives Training. Machen wir einfach das. Nein, das mache ich jetzt nicht. Schatzsucher. Wenn Sie behälteren, wesentlich mehr Nucca-Cola-Crocoff als sonst. Krieg ich auch Geld ein. Komm, Gesetzesbringer. Fertig. Wenn Sie Doktorzimmer auch nur ein Haarkrimm, breche ich Ihnen das Genick, als wäre es ein Streichholz. Oh ja. Da habe ich eine Notiz. So, wir hier. Achtung, Gesetzesbringer im Ödler der Hauptstadt. Regulatoren brauchen ihre Hilfe dabei, den Abschirm und das Ungeziefer in unserer Heimat vor den Gesetz zu. Oh, das meldet sich im Hauptquartier. Die Deregulaten bei Sonara Cruz weiterhin sein zu erfahren. Hauptquartier. Da ist es. Da war ich ja noch gar nicht. Hey. Was darf es denn sein? Ich suche meinen Vater. Haben Sie ihn gesehen? Hören Sie. Einige von uns versuchen hier zu arbeiten. Es gab in letzter Zeit schon genug Unterbrechungen. Jeder, der hier durchkommt, muss an Dr. Lee vorbei. Warum gehen Sie nicht einfach ihr damit auf die Nerven? Dr. Lee so schlau, wie man sagt. Sie steckt fast alle hier locker in die Tasche. Aber das heißt nicht viel. Zeit, dass ich gehe. Du unhöfliche Tante hier. Du unhöfliche Tante hier. Hey. Willkommen. Ziemlich beeindruckende Sammlung, nicht wahr? Kommen Sie, trauen Sie sich. Sehen Sie sich um. Mein Name ist Abraham Washington, Kurator dieses kleinen Ausschnitts amerikanischer Geschichten. Ja, eine in der Tat interessante Sammlung. Sie sind also ein gebildeter Mensch. Wie schön. Jedes Dokument in diesem Raum erzählt einen kleinen, aber wichtigen Teil der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Leider aber fehlt der Sammlung das wichtigste Stück von allen. Intelligenz. Es muss die Unabhängigkeitserklärung sein. In der Tat. Ihre Kenntnisse der amerikanischen Geschichte sind bewundernswert. Das wäre das Kronjubel meiner Sammlung. Stellen Sie sich vor. Das Originaldokument geschaffen durch den Menschen. Für den Menschen. Wenn ich Ihnen die Erklärung bringen soll, müssen Sie mir nur Bescheid geben. Ach, wirklich? Das würde für mich und diese Sammlung hier sehr viel bedeuten. Gern würde ich die Geschichte eingehen und Ihnen die Erklärung bringen. Hervorragend! Sie werden es nicht bereuen. Das verspreche ich Ihnen. Sie sind Teil der amerikanischen Geschichte. Ich beneide Sie. Die Unabhängigkeitserklärung liegt in den Ruinen des Nationalarchivs. Können Sie mir auf meiner Karte zeigen, wo ich zum Nationalarchiv komme? Das Nationalarchiv, oder besser gesagt, das, was davon übrig ist, befindet sich in den Ruinen von DC. Das Dokument wird dort in einem Glasbehälter aufgemacht. Aber passen Sie auf, das Gebäude ist voll von Supermutanten. Hier, ich zeige Ihnen, wo das Archiv liegt. Okay. Kennen Sie die Geschichte von River City? Komisch. Jetzt, wo Sie fragen, ich kann Ihnen alles über die Hauptstadt erzählen, aber ich habe keine Ahnung von River City selbst. Ich wüsste nicht, wieso sie wichtiger sein sollte als die der Hauptstadt. Aber vielleicht weiß Bannon etwas. Schließlich ist er im Regierungsrat. Okay, danke. Ich muss jetzt los. Ich hoffe, dass Sie bei unserem nächsten Wiedersehen die Unabhängigkeitserklärung in der Hand halten. Ja, Opa. Wenn du mir zahlen kannst. Hier schauen wir mal die Geschichte Amerikas an. Hm. Wir kommen bei der Exemplarische Erhaltung der Hauptstadt. Was haben wir hier? Ein Kohleautomat. Eine Hundehütte. Granaten daneben. Hier ist das Flugzeug. Eine Werkbank. Hey, passen Sie besser auf. Echt, ist das aktive Gelächtermechan? Hallo Leute, hier spricht Three Dog. Eure Stimme in der Fensternis. Oder zumindest in der atomaren Nacht. Anscheinend haben wir ein paar neue Meldungen. Radadada. Gucken wir mal da. Sehr schwer. 100. Wow. Ich hoffe, er gibt sich gerne die Kante, wie es aussieht. So, war's das? Check, check. Angriff geknärkt worden war. Was ist das? Was sie hier in ihren Stinken? Gott, ich hasse die Stadt. Ich hab' ja schon mal gesagt. Hier bin ich doch vorhin gekommen. Glaube ich davon aus. Ii, was ist das für ein Smog-Raum. Wer auch immer hier wohnt, tut mir leid. Das ist die Kirche, oder? Treten wir an. Hier ist das Buch, ein Teddybären. Wendebüchse. Was hab' ich? Parahaustür. Speichern und los geht's. Ach so, gesagt, dass ich die Stadt hasse. Ein paar Kronkorken. Die ist ja nur übersichtlich, die Stadt. Vielleicht so viele irgendwie. Die Gänge sind halt alle gleich aus. Mal weg hier. Ich hab' mir die Kirche ausgeraubt. Die Leute haben auch von gar nichts mehr Respekt. Versteckt los, ne? Versteckt los, ne? Und das ist es. 2, wow. 8,2. Wow. Wow. Das ist ja, wir sehen uns. Und gleich, wir sehen uns, wie wir machen. Das ist ja, wir sehen uns. Come on, ich werde ein paar Dinger kaputt machen, ein paar Bomben, sehr gut, ich habe das aufgefüllt, ist auch okay. So, es ist Converted ist es nicht. Consistent. Consistent. Challenge, nee, das ist zu viel. Considers. Consistent. 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 Vielen Dank.